Hallo und herzlich willkommen heute beim Let's Run Nummer 89. Heute Freitagabend hier 10 Kilometer in Neunkirchen rund um dem Offlomersee und wir hören erstmal dem Start zu. Und das war der Startschuss für die 10 Kilometer hier vorne weg. Stefan Koch, der auch am Ende gewonnen hat, das kann man vorher sowieso schon sagen. Er kann Zeiten von unter 30 weit laufen, ich glaube 28 oder sowas habe ich gefunden. Also dementsprechend braucht man sich hier wirklich nicht dranhängen. Dementsprechend bin ich mein eigenes Tempo eben gelaufen, was ich laufen wollte. Obwohl das jetzt am Anfang auch schon ein bisschen zu schnell war, wie man eben nachher auch sieht. Das Wetter heute eigentlich ganz gut, relativ windig. Hier hatte man dann die ganze Zeit Gegenwind. Es geht ja auch noch leicht bergauf und dann schon ein bisschen zu schnell angegangen. Das war jetzt nicht unbedingt das Beste, da mit einer 3 Minuten 10 oder 15 oder sowas dann anzugehen. Aber man lässt sich ja immer so ein bisschen mitreißen. Und ja, mal gucken, was am Ende rauskommt oder nicht. Das kann man immer mal probieren. Gerade wenn man solche Wettkämpfe hat am Freitagabend oder sowas, das kann man dann sehr gut benutzen. Anstatt Training zu machen, nimmt man einfach mal so einen Wettkampf mit, so als Trainingslauf. Das ist eigentlich auch immer eine sehr gute Sache. Ich lasse das Video hier auch mal ein bisschen schneller laufen, denn hier ist ehrlich gesagt nicht wirklich viel passiert. Deshalb rede ich jetzt einfach ein bisschen mehr. Ihr könnt euch die Strecke ein bisschen angucken, die Sonne genießen. Aber ansonsten sieht es nach vorne und nach hinten eigentlich genauso karg aus. Nach vorne ein paar Minuten Abstand, nach hinten ein paar Minuten Abstand. Das ist natürlich dann eine Sache, wo man auch gegen sich selber läuft. Auch jetzt kein Fahrradfahrer oder sonst was dabei hat. Man ist wirklich die ganze Zeit völlig alleine und da kommt man sich natürlich so vor, als wenn man jetzt selbstständig so einen Trainingslauf machen würde. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt sehr gut geeignet, um jetzt auch Bestzeiten zu laufen. Die Strecke, wie man nachher auch sieht, geht hier auch direkt am See entlang. Da gibt es dann sehr viele Wege, die sind eben auch mit Sand zum Beispiel oder sehr viel Asche. Nachher natürlich auch der Bahn dann auch. Von daher auch nicht so viel Geschwindigkeit, die man dann eben halten kann. Also es geht natürlich immer ein bisschen Kraft verloren, wenn man gerade eben durch so sandigen Boden läuft. Das ist natürlich auch logisch und dementsprechend dann muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen. Ansonsten ist die Strecke selber hier eigentlich nicht schlecht. Also gerade als Läufer kann man hier auf jeden Fall die Strecke genießen. Gerade wenn man hier jetzt gleich am See wieder vorbeigeht und dann später durch die Waldstücke ist das gar nicht mal so schlecht. Und dementsprechend ist das nicht verkehrt, dann hier diesen Lauf eben als Trainingslauf mitzunehmen. Hier sieht man jetzt diesen etwas sandigeren Boden, der natürlich dann Energie kostet. Da kann man immer versuchen, so ein bisschen am Rand zu laufen, wo es vielleicht ein bisschen härter ist, damit nicht zu viel Energie verloren geht. Ein spezielles Ziel hatte ich heute eigentlich auch nicht, einfach mitlaufen. Ich wollte dann am nächsten Tag beim LWK Schützenfestlauf die 10 Kilometer nochmal laufen und versuchen da wirklich eine Bestzeit zu laufen. Heute war es eigentlich sehr knapp. Da bin ich jetzt 35 Minuten 09 gelaufen hier heute. Dementsprechend auch nur ungefähr 10-15 Sekunden unter meiner Bestzeit geblieben. Trotz der schwierigen Verhältnisse eben alleine zu laufen mit dem Wind und dann alle möglichen Sachen, die dann noch ein bisschen falsch gelaufen sind. Von daher war ich trotzdem sehr zufrieden heute. Man kann auch mal dann, wenn eben solche Läufe auf Freitag sind, kann man die eben mitnehmen, wie gesagt, als Trainingslauf und dann Samstag oder so vielleicht nochmal einen Lauf machen, um einfach mal zu gucken, was ist noch drin in den Beinen, was geht noch oder wie kann ich mich auch schnellstmöglich regenerieren. Da kann man immer so ein bisschen ausprobieren, weil man kann da natürlich auch das Wissen dann mitnehmen, wie man sich vom Training schnellstmöglich regenerieren kann. Wie viele Tage brauche ich zum Beispiel vor einem Wettkampf, vor einem Marathon, um mich wirklich vollständig zu regenerieren und solche Dinge, wie reagiert mein Körper, wenn er nicht regeneriert ist und dafür sind solche Sachen dann einfach mal gut zu machen. Zwei Tage hintereinander mal so ein Wettkampf oder sowas ist eine sehr gute Möglichkeit. Das nächste Video kommt natürlich jetzt auch bald zeitnah und dementsprechend könnt ihr da sehen, was da auf den 10 Kilometern so gelaufen ist. Hier auf jeden Fall jetzt auch wieder die lange Strecke zurück auf der Radbahn, die von, ich glaube, Coesfeld bis nach Rheine führt oder sowas und dementsprechend auch relativ langweilige Strecke hier jetzt zum Gucken, weil natürlich auch keine Zuschauer da sind etc. Aber da weiß man dann ungefähr, wo man ist. Hab hier dann den 8. Kilometer, hab ich wirklich richtig langsam dann irgendwie mal gemacht, weil ich da auch irgendwie, ja, da ist man nicht mehr so im Ansporn, dann eben auch die Geschwindigkeit zu halten. Da habe ich mir dann selber auch so ein bisschen gedacht, läuft sie jetzt lieber ein bisschen langsamer und machst du dann morgen beim Wettkampf eben dann ein bisschen schneller, dass du da wenigstens noch ein bisschen Energie hast und dementsprechend das Ganze hier dann eben etwas langsamer gelaufen. Gelaufen bin ich natürlich auch völlig ohne Kohlenhydrate, wie eigentlich immer. Ich wüsste gar nicht, wie man das am besten dann machen kann, wenn man eben so viele Wettkämpfe an einem Wochenende läuft. Da musst du immer wieder Kohlenhydrate laden, das geht dann auch auf den Magen natürlich. Man fühlt sich immer so richtig voll und schwer dann am nächsten Tag, Wasserhaushalt geht durcheinander und und und. Von daher natürlich alles ohne Kohlenhydrate in Ketose deutlich besser. Hier geht es am Ende dann nochmal so ein bisschen runter, wieder bergab mit Rückenwind diesmal und dementsprechend kann man da auch mal wieder einen Schritt schneller laufen. Ein bisschen gucken, was da noch so geht und dann kommen wir gleich auf die letzte Runde wieder. Dann geht es noch einmal durch das Stadion gleich, da sind natürlich dann immer so ein paar Zuschauer, die noch anfeuern. Da kann man definitiv nochmal eine Runde Gas geben und ja, wie gesagt, der Lauf hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich ist es natürlich schade, dass es dann eine 10 Kilometer Runde ist, die raus geht und dann weg. Kommt man natürlich nicht wirklich an Zuschauern vorbei dort hinten, wenn man so weit weg ist. Dementsprechend ist das natürlich da in der Hinsicht ein bisschen schade. Aber ansonsten läuferisch, landschaftlich und relativ flach auch sonst. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt so eine langsame Strecke, aber durch die Asche hier und durch den Sand unterwegs natürlich auch relativ langsam. Aber kann man, wie gesagt, mitnehmen. Auch die Siegerehrung ging eigentlich relativ schnell. Das war auch in Ordnung und dementsprechend kann man natürlich für diesen Lauf einen Daumen nach oben geben. Vielleicht kann man irgendwie noch was machen, damit man da vielleicht mehrere Runden läuft oder so. Einfach mal gucken, was man eventuell planen kann. Es gab auch eine 5,7 Kilometer Runde. Das ist natürlich irgendwie so als Läufer nichts Halbes, nichts Ganzes, weil man das nicht so miteinander vergleichen kann. Und dementsprechend kann man vielleicht mal gucken, ob man hier auf 5 Kilometer geht oder sowas irgendwie das hinbekommt. Das war es von diesem Lauf. Ich hoffe, ihr auch hattet trotzdem ein bisschen etwas mitnehmen können. Ich bin raus. Bis zum nächsten Lauf. Euer Daniel. Wir sehen uns. Ansonsten schaut gerne in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mich natürlich auch entsprechend für weitere Videos unterstützen. Und schauen, wo ich vielleicht als nächstes unterwegs bin. Bis dann. Ciao. Ciao.